Einen anderen Schoß mit dem Kindergarten dagegen. Outdoor. In das Gebüsch, in den Dschungel, keine Ahnung. Wildnis. Danger, danger, danger. Abenteuer. Das ist Härte von Härte. Mit Reality-Stars. Good luck, guys. Willkommen! Scheiße, ist ja echt so survival-mäßig. Fucking Survival. Wie in der Steinzeit so. Ich bin da schon so ein bisschen empfindlicher. Ich hab noch nie bei dem was Anstrengenderes gemacht. Nee. Ist Kannibalismus hier erlaubt? Ja. Ja. Als Haar. Du stirbst dies, du stirbst das. Mir ist schlecht, ich kotze mal eben schnell. Wir können doch nicht ohne Essen ins Bett. Gefährlich. Verplant. Was denn? Wir können ja den Schmetterling essen. Grenzenlos. Dramatisch. Ich kann's gar nicht schön hängen. Richtig fette Mehlwürmer. Gewaltig. Unterhaltsam. Wir sind Reality-Menschen, wir sind nix wert. Wir sind Menschen in einer Datingshow eigentlich, aber... Alles muss nix können, ne? Good luck, guys. Die neue Serie. Die neue Serie. Wir sehen uns beim nächsten Mal.